So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir sind angekommen im letzten Kapitel, im Kapitel Nummer 5. Heute ist auch der 26. Wir haben das Genesec gerade abgeholt, haben dafür extra noch ein paar Bären gesammelt, haben jetzt Kämpfe dreimal gegen ein Team leider, fange 25 Pokémon vom Typ Eis, das ist wieder das Schwierigste, und mache drei Schnappschüsse von Genesec. Da können wir gleich mal hier rein. Deswegen auf den Beutel können wir das Genesec auswählen. Machen einfach drei Schnappschüsse, einfach mitten da. Ihr seht, wir stehen ja hier auf dem Markt. Da unten ist der Adler, da gehen sie immer feiern und trinken. Da ist sogar ein Farbigel gespawnt, deswegen gehe ich mal zurück. Ich will das erst fangen. Wo ist es? An der Stolpersteine Arena. Bin ja mal gespannt, wann Farbigel als Shiny kommt, und ob man das dann auch weiterhin aus der Fotobombe kommt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß auch nicht, wie Farbigel als Shiny aussieht. Ich möchte auch nicht nachgucken. Ich will mich eigentlich immer überraschen lassen, wenn die Sachen dann ins Spiel kommen. Genau wie bei den Spezialforschungen, wenn ihr da einfach bestimmte Aufgaben kriegt. Ich will ja wissen, was muss ich gerade machen und will mich überraschen lassen, was danach kommt. Ist sogar ein Pokédex-Eintrag. Aber viele, die wollen gucken gleich Spiele trennen, sehen schon alle 20 Kapitel, wissen alles schon. Ich will mich da lieber überraschen lassen. Finde ich irgendwie besser. Wir brauchen trotzdem aber noch zwei Bilder vom Genesekt. Da können wir euch nämlich zeigen. Hier, das war der Adler. Hier habt ihr die Fleischerei. Wunderbar, da gibt es auch immer gutes Mittagessen, sage ich mal. Und oben ist der Rest vom Markt. Da habe ich eben noch gesessen auf der Bank. Wir gehen zurück. Jetzt müssten auch die drei Bilder fertig sein. Gibt es auch wieder eine Pokémon-Belohnung. Die holen wir dann erst aber ab, wenn wir die anderen Aufgaben auch fertig haben. 25 Eistypen auf jeden Fall müssen wir noch fangen. Nehmen wir mit. Drei Kämpfe gegen den Teamleiter. Die werde ich, glaube ich, als letztes machen. Wenn ich dann das letzte Eis... Genau, wenn ich das letzte Eis-Pokémon gefangen habe. Aber irgendwo habe ich nicht einen Rucksack bekommen. Ich glaube, ich habe den Rucksack gar nicht angelegt. Geh nochmal rein und suche mal den Rucksack. Du Spastis. Ich freue mich immer, wenn Leute lachen und sich freuen. Die haben sich bestimmt gerade einen Witz erzählt. Jetzt haben wir den Genesekt-Rucksack an. Der sieht viel besser aus als das eigentliche Pokémon. Gönnt euch den auf jeden Fall. Ich gehe wieder zum Ditchen. Der wuselt nämlich hier irgendwo rum. Mache einen kleinen Cut. Und wir melden uns dann auf jeden Fall, wenn wir die 25 Eis-Pokémon gefangen haben. So. Ach, die dreckige Sonne. Ich befinde mich, glaube ich, immer noch im Kapitel 5. Und es ist so durcheinander. Guckt mal hier rein. Innen in der Beiliste. Überall nur Schatten. Was mich komplett wundert. Denn mittlerweile ist das Psychospektakel angelaufen. Wir drücken mal hier drauf und sehen ein Monozyto. Sag mal. Letztens gab es noch so, wann kommt eigentlich das nächste Corona-Event? Und Leute haben sich ausgekotzt. Wie kann man darüber nur Spaß machen? Du Bastard. Jetzt reicht es. Und was macht eine Yentik? Führt einfach Monozyto ein. Was aussieht wie das, was aus meinem Hals rauskommt, wenn ich früh selber husten muss. Und der ganze Schleimprock durch die Gegend fliegt. Das ist Monozyto. Was mich nur wundert, warum Monozyto und das andere Ding beide in der Nearby-Liste sind. Eigentlich sollte doch das eine tagsüber spawnen und das andere abends. Komischerweise. Wie spät ist es denn hier? 16.30 Uhr. Ich kann das nicht erkennen. 16.30 Uhr. Ist das jetzt abends oder ist das jetzt... Also ist es jetzt nachts oder ist das frühs? Es sind auf jeden Fall beide da. Aber wir fangen das mal. Das ist dann hier ein neuer Pokédex-Eintrag. Nehmen wir mit. Kugeln uns die Treppe runter. Und gucken dann, ob wir das zweite auch gleich noch mitnehmen. Müssen aber immer noch Eis-Pokémon fangen eigentlich. Ich glaube, da habe ich es jetzt im Event natürlich wieder schwer. Hier, neuer Pokédex. Aber wir haben ja immer noch ein Gletschermodul, glaube ich, übrig. Zur Not kann man das auch nehmen. Mono-Psytho. Wir gucken mal, wo das andere sitzt. An der Stadtmauer. Wunderbar. Laufen wir jetzt einfach hier vor. Nehmen das auch noch mit. Dann haben wir schon die zwei neuen Pokédex-Einträge. Ihr müsst natürlich Bonbons farmen, dass sie auch beide entwickeln können, weil die ja jeweils zwei Entwicklungsstufen haben. Ist aber egal. Wir laufen jetzt mal davor. Ich melde mich gleich nochmal zurück. So, wir stehen jetzt hier am Fahrstuhl, ne. Wie man vielleicht sieht. Aber es ist aus der Nearbyliste verschwunden. Es sitzt jetzt noch eins hier. Am Arsch der Welt. Wir probieren es aber trotzdem mal, wenn wir hier reingehen, mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ob das trotzdem um den Stop hier oben noch rumschwirrt, vielleicht finden wir es ja noch. Wenn nicht, müssen wir es abbrechen, müssen weiter Eis-Pokémon suchen und uns dann melden, wenn wir mit denen fertig sind. Hier ist es wieder ziemlich düster. Aber es ist heute schön warm, auch im Fahrstuhl die Luft. Schön warm, wenn ihr das kennt. So muss es sein. Könnt ihr mal den Stop drehen. Aus Spaß natürlich. An der Freude. Bruder, schnief doch nicht so. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Wir gehen doch einfach raus. Und wenn jetzt hier nichts ist, dann gebe ich es auf. Spiel drin, haut schon wieder die Videos raus. Eigentlich, ich könnte auch die Benachrichtigung ausschalten. Ich gucke ja eh nie vorbei. Ich bin ja jetzt heftig unterwegs, deswegen bin ich ja jetzt ja Mr. Überheblich. Nö, da ist nichts. Ein Palim Palim. Och, das können wir natürlich auch mitnehmen. Das ist bestimmt auch ein neuer Pogodex-Eintrag. Das hat sogar BP-88. Sieht komisch aus, oder? Oder wie würde Schilling sagen? Palim Palim, eine Flasche Pommes bitte. Hohohoho. Hohoho. Ich kenne den Scherz noch nicht mal. Ich kenne den Sketch nicht. Ich kenne gar nichts. Das Leben des Ramses. Der hatte einfach keine Ahnung. Palim Palim wurde auf jeden Fall gefangen. Ist noch nicht mal ein neuer Pogodex-Eintrag. Komisch. Pupanz, Mitnehmen auf jeden Fall. Könnte shiny sein, aber wir müssen jetzt noch in der Forschung die Eis-Pogémon fangen. Alter, guck dir das an. Ein shiny Traumado im Fahrstuhl gefangen. Hier ist der Fahrstuhl, ne. Hab gerade ein Ditschen verabschiedet, kurz. Geh hier drauf und einfach mal shiny Traumado. Das fangen wir auch mit goldener Beere. Das nächste shiny auf dem Community-Account. Da wird sich der... Einfach fabelhaft. Da wird sich der Inhaber dann freuen, der den verlost bekommt. Können wir gleich dran schreiben. Ist dann, glaub ich, die Nummer 18 oder so. Ich weiß es nicht. Egal. Wir fangen es mal. Wir tüten es ein und melden uns dann wieder. So, da sind wir zurück. Ganz getreu nach dem Motto. Stay the fuck at home. The fuck, ne. Und ich hab die Fotzen dicke, muss ich dazu sagen. Denn ich sitz hier zu Hause. Ich hab gedacht, ich mach das ganz geschickt, weil mir ja nur noch 8 Eis-Pokémon gefehlt haben. 8 Stück, ne. Das sind 8 Stück gerade mal. Und ich dachte, ich hab ja auf dem Account noch ein Gletscher-Modul. Du wirst es ja wohl schaffen, bei 30 Pokémon gefühlt 8 Eis-Pokémon zu bekommen. Habe das Gletscher-Modul vorhin gezündet am Home-Stop. Und was ist passiert, aus den 30 Pokémon sind nicht 8 Eis-Pokémon rausgekommen, nicht 10 Eis-Pokémon, nicht 30 Pokémon, sondern 2. Ich hab genau 2 Eis-Pokémon gefangen aus dem Gletscher-Modul. Aber die anderen sind nicht weggeflohen, sondern es sind einfach nur 2 Stück gespawnt. Der Rest einfach nur wie immer. Psycho, Psycho hier, Psycho da, Psycho tralala. Ich hab jetzt trotzdem die Aufgabe fertig mit den Eis-Pokémon, denn ich war dann so dreist. Ich hab mal in diversen Gruppen rumgefragt, hab mich mal erkundigt, wo es denn ein gutes Eis-Pokémon-Nest gibt. Sowas wie Rosana oder so ähnlich. Jetzt hab ich mehrere Vorschläge bekommen und hatte dann die Auswahl zwischen Quiekel und Sneedle. Sneedle ist das Shiny ja schon auf dem Account drauf. Also hab ich mich im Endeffekt für Quiekel entschieden. Quiekel, auch cooles Pokémon, hat auch dann 2 weitere Entwicklungen, nicht wie Sneedle nur eine. Und zum Fangen ist es natürlich schwieriger, weil Sneedle hat auch einen Riesenkreis, steht bosshaft in der Ecke. Quiekel hingegen kriecht am Boden rum, sieht nix, hat Schlitzaugen, keine Ahnung. Ich hab trotzdem aber Quiekel genommen, hab da einfach ein paar gefangen, bin dann fertig geworden, hab jetzt einfach nur noch Kämpfe dreimal gegen einen Teamleiter. Und wir haben ja drei Teamleiter, deswegen wollen wir jetzt mal hier rein. Ich hab hier noch nie gegen Teamleiter gekämpft. Also versuchen wir mal gegen die Teamleiter zu kämpfen. Angefangen mit Plansche, ne, die nutzt ja hier Wasser und Zeug. Was nehmen wir denn? Superliga? Wir haben ja nichts Hohes an sich. Obwohl, was haben wir denn? Wir haben was Hohes. Ah, ich hab keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal die Meisterliga, gucken mal. Oh, Knackrack, Despotar, Rihon, ja, das sieht doch gut aus. Wir nehmen die einfach und probieren es einfach mal gegen sie. Ob wir das schaffen, dann weiß ich auch, dass ich die ganze Zeit schon was... Nein, Suikun, wo sind die Elektro-Pokémon? Aber das hätte ich ja schon vorher denken können, dass das so läuft. Wir hauen einfach mal drauf und hoffen, dass wir vor ihr, ja was, sterben oder was? Ach, mein Gott. Vielleicht hätte ich trotzdem die Kleinen nehmen sollen. Abgewehrt. Jetzt nehmt ihr auch noch Schilde. Verteidigung sinkt. Das ist aber schön. Gegnerische Attacke. Dann nehmen wir auch mal ein Schild, ne. Wir wollen ja nicht so sein. Und ihr seht, ihr könnt das wirklich gemütlich von zu Hause aus machen, die Forschung. Jetzt frage ich mich trotzdem, wo man permanent die ganzen Pokémon hernehmen wollte. Denn nicht jeder hat einen Stop zu Hause. Und selbst mit Stop hat das nur was genützt, wenn ihr permanent Module zündet. Und mit den gezündeten Modulen ist auch nicht wirklich was passiert. Außer ihr habt permanent eben Gletschermodul gezündet. Oder permanent, äh... Na gut, Pflanze gab es nicht. Aber Stahl hätte noch was genützt für die Elektro-Pokémon. Gab es überhaupt Elektro? Ich weiß es nicht. Ich finde trotzdem, dafür, dass man das ja alles gemütlich zu Hause machen kann, war das trotzdem schwer, alles zu Hause zu machen. Nein, hätte ich doch einfach noch meinen Wurf gemacht. Dann wäre es jetzt schon tot. Und ihr wisst ja eigentlich, dass Team Blau sowieso immer auf Wasser setzt. Aber egal. Den hauen wir jetzt so weg. Nehmen den... Jetzt wollte ich sagen, nehmen den Schild mit. Wir haben kein Schild. Wir nehmen nichts mit. Und kämpfen gegen Stahl. Jetzt bräuchten wir ja eigentlich Feuer. Wir haben natürlich kein Feuer parat. Wir haben nur Sand im Getriebe. Den nehmen wir mit. Den hauen wir drauf. Sehr effektiv. Das ist schön. Aber trotzdem haut er uns bestimmt gleich weg. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Folge jetzt so lasse und das mit reinnehme. Aber ihr wollt ja immer sehen, wie der Ramses kämpft und versagt. Also lassen wir das einfach drin gemütlich. Auch hier singen die Verteidigung. Okay. Ich dachte vorhin, das ist, weil er sein Move gemacht hat. Aber wahrscheinlich liegt das an meinem Move. Dass mein Move die Verteidigung vom Gegner senkt. Das ist schön. Kleiner Nebeneffekt. Ich wüsste auch nicht, was soll man großartig bei Knackrack für Moves machen. Ich habe einfach den gelassen, der nach der Entwicklung dran war. Ich denke mal, es sieht gut aus, weil ich habe ja noch drei Pokémon. Und er hat jetzt sein letztes. Und wenn wir einmal hier angefangen haben mit der Meisterliga, dann werden wir die wahrscheinlich auch behalten. Und werden die anderen auch in der Meisterliga angreifen. Das ist natürlich schlecht. Eis gegen Drache. Da hätte ich wohl wechseln sollen. Ich weiß gar nicht, ob der Katapult Steinkandel hat. Also Katapult hat das Despot auf jeden Fall nicht. Wir hauen mal hier drauf mit Gestein. Das müsste gut sein. Und zack. Das war einfach, oder? So geht es auf jeden Fall. So müsst ihr das machen. Eins von drei kämpfen. Erfolgreich absolviert. Einen Sonderbonbon bekommen. Das erste Mal hier trainiert. Wunderbar. So muss es aussehen. Warum bin ich jetzt rausgegangen? Ich weiß es auch nicht. Die dürften ja jetzt nicht tot sein. Wir gehen also auf die Candela. Aufs Candlelight. Und es lädt wieder mal. Nehmen auch wieder die Meisterliga. Nehmen genau wieder die, die wir jetzt eben hatten. Gehen drauf. Kämpfen mal. Obwohl ich hätte das Knackrack vielleicht wieder vorne reinpacken sollen. Weil der es ja schneller sein Schild voll hat. Wir können ja auch einfach mal wechseln hier. Wir wechseln mal aufs Knackrack. Weil das sein Schild schneller voll hat. Also nicht sein Schild, sein Move. Um eben die Schilde rauszuloggen. Das ist schon mal gut, dass es kein Eis hat gegen den Drachen. So werden wir erstmal ein bisschen dastehen und überleben. Wir gucken mal, wie weit der Boden jetzt nutzt. So. Verteidigung schön weggemacht. Wunderbar. Dann können wir gleich noch den nächsten Move. Ne, schaffen wir nicht. Wir nehmen trotzdem auch mal unser Schild. Weil ihr habt es gesehen. Hat gut geholfen, beide wegzumachen, durchzuziehen. Das ist irgendwie wie im PvP. Sonst, wenn ich auf dem großen Account dann immer mit Lucario gespielt habe. Immer Move voll. Angriff steigern. Move voll. Angriff steigern. Move voll. Angriff steigern. Da ging es immer richtig gut ab. Hier auch mit dem immer Move voll. Aber Verteidigung senken. Move voll. Verteidigung senken. Das müsste ihn auf jeden Fall jetzt umhauen. Ihr habt nämlich am Schild schon gesehen, dass das rot war bei ihm. Das heißt, es hätte ihn wirklich richtig Schaden gemacht. Sehr effektiv, aber er lebt noch. Den hauen wir hier mit dem Rest weg. Und guck mal, wir haben gerade mal ein Viertel Schaden abbekommen. Energie verloren. Jetzt könnte man natürlich... Ähm... Ja gut, jetzt Boden ist jetzt nicht so krass. Da bräuchten wir eigentlich jetzt wieder Gestein. Wir können ja mal hier auf dem Despo da wechseln. Der kommt jetzt, glaube ich, hier mit Biss und mit Gestein am Ende. Oh, der haut aber auch rein. Das ist mir jetzt aber ein Rätsel. Wieso der so reinhaut. Ich habe auch noch nie gegen den Bruder Lander gekämpft. Bruder Lander. Und jetzt Steinkante gegen Lavados. Als hätte ich es doch absichtlich gemacht. Nein, ich habe... Aber ist ja logisch. Naja, klar, dass die Lavados hat. Und der andere hat natürlich dann Zapdos. Sehr gut. Zwei von drei. Jetzt müssen wir noch den letzten nehmen. Ich glaube, da mache ich auch wieder die Reihenfolge mit dem Knackrag am Anfang. Also derjenige, der den Account bekommt, sieht. Er kann auf jeden Fall in der Meisterliga kämpfen. Und die Typen einfach alle umhauen. Das funktioniert mit dieser besonderen Kombination. Raikou. Da passiert wahrscheinlich jetzt nichts. Außer, dass ich vielleicht gleich sterbe. Aber wir wollen natürlich wieder die Schilder raushauen. Deswegen schnell mal so gemacht. Denn Steinkante bei Rijonia und bei Despotar dauert natürlich länger. Also hauen wir damit die Schilder weg. Das hat wenigstens noch ein bisschen Sinn. Ich habe mir auch gleich schon ein paar Sachen hergestellt für Ramses Kitchen. Was ich danach noch testen möchte. Das seht ihr dann irgendwann. Da geht es um Hanf. Hast du nicht schon mal was mit Hanf getestet? Ja klar. Aber jetzt habe ich was anderes noch gefunden. Zusätzlich. Jetzt habe ich das Alte und das Neue in das Video geholt. Und das wird ein chilliger Sonntag auf jeden Fall. Oh, ihr seht auch. Der hätte auf jeden Fall richtig Schaden gemacht. Mal gucken, ob wir noch durchkommen, bevor er sein macht. Eigentlich hätten wir auch mit dem normalen Move weiterhauen können und hätten uns den Charge-Move aufgespart. Aber das ist auf Nummer sicher gehen. Sonst sind wir nämlich gleich in der Ecke. So ist er schon mal weg. Und wir haben das nächste Schild noch für die nächste Runde. Despotar. Da bin ich wieder mal überfragt. Da kommt der Benni jetzt ins Spiel. Aber das wäre natürlich Wasser. Wäre natürlich sehr gut. Das ist auch effektiv. Obwohl es jetzt nicht so viel Schaden macht. Liegt aber an der Attacke. Sandgrab. Die ist halt nicht so heftig. Ist ja auch zweigeteilt mit Erdbeben. Hätte das natürlich jetzt mehr abgezogen. Aber ihr seht trotzdem, wir kommen gut voran. Es zieht ab. Es singt. Es zieht ab. Es singt. Er haut drauf. Und. Und. Er ist weg. Er hat keinen Move durchgekriegt. Nichts. Wir haben unser Schild immer noch. Und jetzt hier gegen Zapdos. Oder wie er auf dem T-Shirt stand. Zapdos. Richtig genial. Dem geht man noch ein bisschen was mit. Der kann jetzt hier rauslocken, was er will. Wir kommen ja dann mit dem nächsten und hauen drauf. Also da würde ich wahrscheinlich auch wieder das Despotar von uns reinholen. Da ist das Rihornjog fast gar nicht zum Einsatz gekommen. Außer gut, beim ersten hat es am Ende was gemacht. Hier. Nicht zu effektiv. Nicht zu effektiv. Vielleicht hauen wir das auch noch weg. Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch ein Schild. Also. Alle besiegt mit einem Knackrack. Das ist richtig overpowered auf jeden Fall. Das ist ja noch nicht mal auf dem Maximallevel. Ich habe das nicht gepusht und nichts. Ich habe das einfach so entwickelt. Weil es das höchste war, was ich auf der Hand hatte. Fertig. So muss das aussehen. Zapfdors auch rausgeballert. Also Zapfdors, ne. Nicht aufregen. Wir gucken mal, was es jetzt noch als Belohnung gibt. Denn das ist jetzt das Kapitel 5 gewesen. Wirklich. Ich habe mich letztens vertan. Ich habe gesagt, heute gibt es Kapitel 3. Und am Ende habe ich gesagt, das war Kapitel 4. So. Da gibt es nochmal 1000 Sternenstaub. Drei Bonbons. Ein Pokémon. Ein Vermikula. Das braucht man eigentlich nicht. Also das ist eigentlich eh Mist. Weiß ich nicht. Entwickeln kann man es nicht. Und ansonsten, was macht man damit? Eigentlich auch nichts. Zack. Bäre drauf. Ach, ohne Bäre. Ball draufgeschmissen. Blauer Ball. Jetzt können wir noch ein paar Bonbons abholen für Genesekt. Und dann war es das eigentlich. Es hat jemand gefragt, ob ich am Montag im Livestream das Genesekt abhole. Heute ist Sonntag. Ich nehme das auf. Und das kommt dann am Dienstag aber raus. Ich habe das Genesekt nämlich zum jetzigen Zeitpunkt schon abgeholt gehabt. Jetzt also hier die restlichen Sachen noch. Ein Knursp. Zehn Genesekt. Bonbons. Und drei Sternenstücke. Damit ist die Forschung kaputt. Und das hier holen wir aber am Montag ab. Aber das sage ich jetzt, wo ihr es am Dienstag seht. Also egal. Das war es von meiner Seite aus. Wie fandet ihr die Genesekt-Forschung? War die euch zu einfach? War die euch zu schwer, wenn man die nur von zu Hause aus macht? Weil einfach keine Pokémon da sind, die man braucht. Und er sich in die Länge gezogen hat. Wie habt ihr das gemacht? Was hattet ihr für eine Taktik? Und was habt ihr für einen Genesekt bekommen? Hat jemand einen Hunderter bekommen? Ich kenne nur einen 98er. Ein Hunderter wäre natürlich mega krass. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.